Liebe Zuschauer von KTV, wir senden live für Sie am Mittwoch der Karwoche, 13. April um 10 Uhr, die Krisermesse aus dem Hohen Dom zu Augsburg mit Bischof Bertram Mayer. Schalten Sie ein und feiern Sie diese besondere Messe mit. Mittwoch, 13.04.10 Uhr Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020